DAX Trading 6.09.2019 Tagesgewinn, 900 Euro Autor deseltsamec Kenzi YouTube. Heute ist Freitag, der 6.09.2019, 8.26 Uhr, der DAX steht auf 12.120 Punkte, ich gehe von einer Steigerung aus und kaufe jetzt einen DAX für 12.120 Punkte. 9.27 Uhr, der DAX ist gestiegen und steht jetzt nach ständigen Wechselbewegungen auf 12.167 Punkte, ich stelle glatt und nehme den Gewinn von 47 DAX-Punkten mit. 9.29 Uhr, der DAX hat gedreht und steht jetzt bei 12.154 Punkten, ich mache einen Leerverkauf über 12.154 Punkte. 10.33 Uhr, nach mehreren Wechselbewegungen, steht der DAX jetzt tatsächlich gefallen auf 12.133 Punkte, ich stelle glatt und nehme den Gewinn von 21 DAX-Punkten mit. 10.37 Uhr, der DAX hat wieder gedreht und steht jetzt bei 12.135 Punkten, ich kaufe einen neuen DAX für 12.135 Punkte. 10.59 Uhr, der DAX ist etwas gestiegen und steht jetzt bei 12.143 Punkte, ich stelle glatt und nehme den Gewinn von 8 DAX-Punkten mit. Damit möchte ich für heute Schluss machen. Ein DAX-Punkt hat heute einen Wert von 12.15 Euro und ich habe gewonnen 47 DAX-Punkte, 21 DAX-Punkte, 8 DAX-Punkte zusammen also 76 DAX-Punkte, das macht ein Gewinn von etwa 900 Euro aus.